Na Baby, hast du Bock? Hast du Bock? Hast du Bock? Wie zwei? Hier oben, ganz alleine? Hast du Lust? Oh, äh, hallo Leute, ihr seid ja schon hier, also ähm, äh, ja, ähm, ja, denkt jetzt hier nicht, dass ich irgendwie mit Lydia hier plötzlich, na ihr wisst schon, also vor allem an so einem Ort hier und, und nein, um Gottes Willen, was, was denkt ihr denn? Ne, ich meine, man kann ja mal ausprobieren und ja, ihr seht ganz richtig, ich stehe vor dem Schlachtroststein, den ich im letzten Part nach einer etwas anstrengenden Kletteinlage dann doch endlich gefunden habe, der befindet sich nämlich hier am äußersten Rand der Provinz, ziemlich weit weg von Einsamkeit, auf meinem Weg hierhin habe ich noch die Wolfsschädelhülle entdeckt, äh, das Eisenkammnest und, äh, sogar die Talmorische Botschaft und hier ist halt eben, wie gesagt, der Schlachtroststein und das ist ein richtig, richtig toller Findling, ein richtig toller Stein ist das, weil, ich zeige es euch ganz gerne noch einmal, was der kann, da bekomme ich nämlich folgenden magischen Effekt, die Tragekapazität ist um 100 Punkte erhöht und die getragene Rüstung wiegt nichts und verlangsamt dich nicht, das ist in meinen Augen einer der allerbesten Steine in diesem Spiel und ihr habt mir ja alle empfohlen, ich soll mir den so früh wie möglich im Spiel holen, weil ich halt dadurch einfach mehr tragen kann und das sogar getragene Rüstung nichts mehr wiegt, das wusste ich gar nicht, das ist ja noch ein, fast noch geilerer Zusatzeffekt und, ja, finde ich richtig toll und jetzt würde ich vorschlagen, dass ich mich noch da nach Westen aufmache, aber da scheint noch irgendwas zu sein, da links neben dem W ist wieder so ein schwarzes Turmsymbol, das scheint eine Festung zu sein oder vielleicht auch ein Wachturm, ich weiß es nicht genau, so die liebe Lydia, die begleitet mich hier halt, aber wie gesagt, denkt jetzt bloß nicht, dass man hier irgendwie, naja, ist jetzt auch egal, so, ja, da vorne sehe ich den Turm ja schon, meine Güte, kann ich in dem Spiel weit gucken, so, mal sehen, ob Lydia mithalten kann, die kann nämlich wahnsinnig schnell rennen, obwohl die so schwere Rüstung trägt und, ah, ein Schneefuchs, so, den lasse ich jetzt lieber mal in Ruhe, der tut mir ja nichts, sehr komisch, der einzigen, ähm, ja, Tiere, die mich hier bisher so angegriffen haben, sind immer Wölfe gewesen, aber da gibt es sicher noch ganz andere Tiere, die bestimmt auch eher zu aggressiveren Sorte zählen, so, was haben wir denn jetzt hier für einen Wachturm, was ist das, was ein Wachturm ist, vielleicht ist das auch einfach eine Ruine, mal sehen, was ist das hier, hier, ah, die Festung Rackstadt entdeckt, ah, ja, gut, und nördlich von hier ist sogar auch noch was, da ist sogar zwei Sachen, da ist sogar, da ist ein Schiff, da ist ein Schiffssymbol, oh Gott, nee, wie komme ich denn da jetzt runter, ach, du meine Güte, alt, aber, was ist denn das da hinten, Alter, das ist eine Insel, so, und da unten, das ist natürlich jetzt noch, äh, aus der Entfernung nicht richtig gerendet, ist logisch, äh, naja, aber wenn ich da jetzt runter da, da bin ich ja tot, so, Lydia ist, glaube ich, verloren gegangen, äh, nein, doch, da ist sie, ja, gut, ich habe nichts gesagt, so, ich darf übrigens nicht vergessen, ich sollte eigentlich nochmal ganz schnell zurück zum Eisenkammnest, weil da habe ich die ganzen Banditen abgemuchst, aber dann nichts mitgenommen, weil ich nichts mehr hätte tragen können, also bitte noch einmal schnell dorthin reisen, und dann nehme ich mal die ganze Beute noch mit, so, seht ihr, die liegen hier alle noch rum, ja, Bandit, alles mitnehmen, und hier, du, genauso, Banditenanführer, alles mitnehmen, wie der aussieht, wie toll sind ihre Käse, und hier auch alles mitnehmen, so, hätte ich, wie gesagt, alles nicht mehr tragen können, ich war schon wieder ziemlich am Limit, an meinem Trage-Limit, so, und, aha, die haben sich hier sogar, oh, so ein kleines Lager noch aufgebaut, was ist das hier, ein Hackklotz, ich glaube, ich kann sogar einem Begleiter sagen, es soll für mich Holz haken, aber wozu denn eigentlich, sehr merkwürdig, so, so, was haben wir auch, hier brennt sogar noch ein Feuerchen, so, und, ah, Truhe, so, mal gleich mal aufschließen, und 61 Goldmünzen, war nicht mehr so schlecht, so, ich habe jetzt, ihr seht schon hier, Tragklass, 380 von 410, also ich kann immer noch 30 tragen, weil ich vorhin hatte ich nur 310, bevor ich den Stein aktiviert hatte, und, naja, 2729 Gold, ich bräuchte ja 5000 Gold, um mir in Weislauf ein Haus zu kaufen, und das wird noch eine Weile dauern, so, was haben wir hier, der Bettler, ah, das kenne ich auch so blöd, ich glaube, das ist ein Fertigkeitsbuch, das erkennt man auch daran, dass das einen relativ hohen Wert hat, weil normale Geschichtsbücher sind nicht so viel wert wie Fertigkeitsbücher, ich werde das jetzt einfach mal lesen, und tatsächlich, Taschendiebstahl verbessert auf 17, so, einfach nehmen, ich habe jetzt keinen Bock, das zu lesen, so, jetzt haben wir noch einen Geldbeutel mit noch mal 17 Gold, Backkartoffeln und gegrillter Lauch, so, sonst ist hier aber nichts weiter, hier gibt es noch ein Gerbgestell, also sollte ich das mal nehmen, hier, benutzen, was kann ich überhaupt machen, aha, Leder, Lederstreifen, Leder selber, aha, Schneebärmpelz, ich könnte mir aber 4 Lederstreifen herstellen, ach, ich mache das einfach mal, so, 4 Lederstreifen hinzugefügt, passt schon, so, sonst ist hier nichts, aber ich könnte mich hier sogar mal ausruhen, ich könnte im Bett zurück schlafen, zumindest so für eine Stunde mal, so, du wachst auf und fühlst dich ausgerundet, ich glaube, sogar das hat laut eurem Reden einen kleinen positiven Effekt auf meinen Helgen, müsste auch wieder unter den magischen Effekten zu sehen sein, ja, genau, seht ihr hier, ausgeruht, alle Fertigkeiten verbessern sich 8 Stunden lang, 5% schneller, ich meine, das ist jetzt nicht viel, aber trotzdem, gar nicht mehr so schlecht, und ich glaube, wenn ich aber in einem richtigen, äh, Gasthaus einkehre und dort in meinem eigenen Bett schlafen, dann bin ich sogar sehr gut ausgeruht und dann ist der Effekt sogar noch etwas besser, so, gut, also das habe ich jetzt noch erledigt, ich stehe sogar schon auf der Karte abgeschlossen, das war jetzt nichts Questmäßiges, aber ich habe immer gedacht, ey, die Banditen haben es eh nicht anders verdient, so, gut, und, ah, hier steckt sogar noch ein Pfeil, so, Eisenpfeil mitgenommen, so, hier sind auch noch so viele Orte, also man kann sich hier so verlaufen quasi, oder man genießt einfach die schöne Umgebung, so, Lüdea kommt, ja, da kommt Ebraf mit, die folgt mir echt auf Schritt und Dritte, ich kann ja Schneebeeren, kann ich hier pflücken, blaue Bergblumen, kann ich alles mitnehmen, wenn solche Zutaten wiegen ja zum Glück so gut wie gar nichts, die wiegen ja echt extrem wenig, so, hier ein bisschen Gas geben hier, ich glaube von hier bin ich sogar gekommen oder so, so ähnlich, obwohl ich ja da unten noch gar nicht war, so, hier kann man auch wieder richtig schön sehen, wie hier der Wind so vorbeizieht, der eiskalte Nordwind, wird richtig geil, wird das dargestellt, so, blaue Bergblume, dass hier überhaupt noch was wachsen kann, so, genau, ich bin hier vorbeigekommen, weil da liegt noch ein toter Wolf, ich glaube sogar von dem habe ich mir nicht mehr den Pelz mitgenommen, sogar der hätte mich schon zu schwer gemacht, tatsächlich, wo bitte hat ein Wolf einen Granatstein her, wo hat der den her, vor allem, wo hat der den in seinem Maul, ach, egal, so, kann ja trotzdem hier noch so ein bisschen Sachen pflücken, und, oh oh, da vorne ist ja noch einer, so, und das Geile ist ja, wenn ich meine Waffen ziehe, dann macht sie das auch, und ich kann ja auch einen Befehl erteilen, so, ihr müsst etwas für mich tun, ah, Begleiterbefehle, du bist im Befehlsmodus, um deinem Begleiter einen Befehl zu erteilen, bewege die Zielhilfe bis ein Befehl erscheint, und drücke dann Enter, um einen Befehl zu erteilen, um den Befehlsmodus zu verlassen, drücke Escape, alles klar, das heißt, ich kann jetzt, ich kann ihr jetzt sagen, da vorne, Angriff Wolf, gut, verstanden, so, und jetzt greift sie den an, und tot, so, dankeschön, hey, ich habe jetzt auch selber gekonnt, aber ich wollte es jetzt einfach mal demonstrieren, dass man ihr sogar sowas sagen kann, ich kann ja also sogar sagen, dass sie so Zeug sammelt, ich glaube, ich kann ihr sogar sagen, dass sie was von meinem Zeug tragen soll, aber, ist jetzt nicht notwendig, nicht wirklich, ah, violette Bergblume, hier auch, sehr schön, hier auch, also, hier kann man richtig schön, Zutaten pflücken in der Wildnis, so, hier ist wieder irgendwas in der Nähe, auf dem Kompass schon ganz gut zu erkennen, ich glaube, wir folgen lieber mal erstmal der Straße, gibt es noch, gibt es noch andere Orte zu entdecken, so, ich muss jetzt hier nicht alles pflücken, aber hey, das kostet ja hier nichts, besser ist, wenn man Zutaten kauft, wenn man die meisten eh in der Wildnis findet, sollte man das ausnutzen, so, komm, jetzt machen wir hier mal wieder ein bisschen, sprinten hier, wie gesagt, Glüder kann dort auch, kann auch schön schnell laufen, aber ich finde das echt so praktisch, dass ein Begleiter nicht sterben kann, das finde ich echt super, weil ich eben gesagt habe, wenn die wenig Lebensenergie haben, dann knien die sich einfach hin und regenerieren sich wieder und dann kämpfen die halt wieder weiter, so, wo führt mich denn diese Straße hin, wo bin ich überhaupt, aha, okay, ich bin hier und würde mich wieder in Richtung Talmorische Botschaft begeben, aber da scheint es ja trotzdem noch ein paar andere Orte zu geben, so, ah, Moment, hier mal wieder Wegweiser, aha, Drachen, was steht da? Drachenbrüge, da steht da echt Brüge und nicht Brücke und, ja, Einsamkeit, also ich glaube, das ist noch nicht mal ein Schreibfehler, ich glaube, das heißt wirklich so, Drachenbrüge, so, ah, die schöne Sonne hier, wie sie uns anstrahlt, finde sie, dass ich auch wunderschön, genauso schön wie du, ist auch diese Sonne, aber, was bitte ist das da hinten für eine Insel? Da ist irgend so eine dicke, fette Festung drauf, aber da komme ich ja glaube ich so gar nicht hin, da würde ich sicher nicht mal hinschwimmen können, schätze ich mal, so, ah, wunderschöne Musik, richtige Fjorde, wenn man das so nennen kann, das ist wirklich Fjorde, das ist, obwohl wir sind eigentlich eher am Meer, sehr schön, oh, da geht ein Schneefuchs, geht schwimmen, so, da vorne ist noch einer, kann man sich richtig erinnern, also man kann wirklich, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Quest macht, man kann einfach so ein bisschen chillen, durch die Gegend wandern und sich die ganze Umgegenung mal angucken, wie schön das hier jetzt alles aussieht, das Gras bewegt sich im Wind, so simple Dinge, trotzdem so schön, mit Grafikmods noch um einiges schöner, so, wir müssen trotzdem ein bisschen, wir müssen ja vorankommen, ich muss ja noch hier was zeigen, kann ich jetzt nur durch die Gegend latschen, das wird für euch ja dann doch irgendwann langweilig, glaube ich mal, so, hier in der Nähe sind zwei Höhlen, die hier ist aber näher, mal sehen, was das ist, oh, man kann sogar den einen Mond ein bisschen erkennen, wie gesagt, es gibt ja zwei Monde in der Welt, von ihren Masse und Sekunder, Masse ist der größere Sekunde, der kleinere, und das eigenartige ist, ich glaube sogar der kleine Mond bewegt sich um den großen rum, und der große halt dann um den eigentlichen Planeten, wo wir drauf sind, und so, alle hier mit dieser eiskalten Nordwinde, so, wo bin ich jetzt hier, aha, hier geht es ein bisschen runter, schön vorsichtig, Grotte des zerbrochenen Ruders entdeckt, und, Alter, da vorne, wo ist eine, ähm, Brandung irgendwie, so sieht man hier so richtig schön, das sieht schon geil aus, so, sind natürlich, teilweise sind das echt seltsame Namen für diese Orte, Höhle des gebrochenen Ruders, warum, so, Fassdurchsuchen, dreimal Kohl mitgenommen, hier sind sogar ein paar Boote, aber die kann ich leider selber nicht benutzen, Alter, die sind hier alle aufgelaufen, hier ist ja überhaupt niemand mehr, ne, ist alles, verlassen, wer weiß wie lange das hier schon alles rumliegt, so, da oben ist aber irgendwo in der Nähe noch eine Höhle, so, Alter, diese Brandung, so wunderschön, ach, das ist richtig atmosphärisch, oh, alle, richtige Eisberge gibt es hier auch noch, Wahnsinn, so, Lydia, bist du irgendwo, ne, ich glaube, dir geht es einen ganz großen Umweg, Aua, da hinten kommt sie schon, ich sehe sie, das blöde ist, oh, der Himmel ist auch so schön, ich habe schon gemerkt, dass Begleiter offenbar nicht in der Lage sind, durch unebenes Gelände zu gelangen, die suchen sich dann immer halt den flachsten Weg, und dann kommen sie nach, nicht so wie ich, wenn ich da jetzt irgendwo runterspringe, die kommen mir so leider nicht hinterher, die sind so scheinbar nicht programmiert worden, so, Alter, wie sieht das hier geil aus, oh mein Gott, was bist du denn, ein Horker, Horker, das heißt doch Walros, ein fettes Schwabbel, so, tot, oh Gott, ich habe mein erstes Walros getötet, und die heißen, die heißen echt Horker, ganz schön schwabbelig, so Horker zahm, und rohes Horkerfleisch, als Beute, er pittet, das ist doch ein Walros, warum heißen die denn Horker, eigenartig, das ist halt ein Eigenname, so wie diese Riesenratten, die heißen Skab, und ah, eine Nirenwurz, kann ich mal mitnehmen, so, schon pflücken, aber schade, dass man hier in Skyrim keine Quest mit Nirenwurz hat, in Oblivion war das ja schon, so, damals, aber scheinbar hat sich in den 200 Jahren ein bisschen was getan, von wegen, ja, ich habe ja keine Ahnung, wie alt dieser Sinderon war, so hieß nämlich der Typ, dem man das damals gebracht hat, die Nirenwurz, und dann so Feldforschen für den Betrieb hat, und ganz für Nirenwurz, und dann hat man ja so ein spezielles Elixier für ihn gebraut, okay, so, jetzt bin ich aber in der Nähe von wieder einer Höhle, ich will natürlich auch versuchen, wenn das überhaupt möglich ist, es muss ja eigentlich irgendwie möglich sein, mit der Zeit mal alle Orte auf der Karte aufzudecken, so, wo bin ich denn jetzt wieder gelandet, Salzwassergrotte entdeckt, ah ja, das ist ja ein normaler, simpler Name, Salzwassergrotte, so, warte mal, ist das hier eine, hier ist eine Truhe, Leute, ha, einfach so, wer hat die da hingestellt, oh, geil, 54, ein Silberbarren, Leute, wie geil ist das denn bitte, ein Silberbarren, ich werde bekloppt, Zaubertrank, Trägerinheilung, ein Jagdbogen, 54 Gold und ein Silberbarren, mitnehmen, das kann ich ja auch zum Schmieden verwenden, hier liegt noch ein Eisendolch rum, noch ein bisschen Gold, so, voll geil, aber man muss sich einfach umgucken, so, und ihr seht schon, Lydia, die springt hier halt leider nicht mehr runter, so, okay, warte, da ist noch eine Nienwurz, komme ich hier irgendwie ungeschadet runter, ja, okay, nein, man muss immer aufpassen, wenn ich von zu hoch herunter springe, dann bin ich tot, da gibt es keinen Bock drauf, so, pflücken, und hier ist jetzt wieder so ein Schiff, hier ist ein Schiffssymbol, und hier ist noch ein Turm, hier, was ist das denn wieder, ist das jetzt ein Wachtturm, werden wir gleich herausfinden, und es ist, ah, der Leuchtturm von Einsamkeit, wo sind wir denn jetzt, Map, aha, boah, das steht aber auch weit weg von der eigentlichen Stadt, Einsamkeit, ne, ist hier so oben drauf, und da hinten ist der Leuchtturm, naja, gut, bei der Bucht, ja, das hier, würde es ein bisschen wenig Sinn ergeben, der muss sich schön aufs Meer hinaus strahlen, würde mich schon interessieren, ob der angeht, wenn es wirklich Nacht ist, also es ist richtig spät, Lydia, wo bist du denn, ach, die wird schon noch kommen, so, okay, jetzt haben wir noch ein Leuchtturm gefunden, kann ich hier rein? Ah, ich kann hier rein, aber hier ist ja irgendwie gar nichts, doch, äh, Solitude Lighthouse, so, hey, da sind sogar Leute, ah, ein Kajid, Matsaka, hey, was habt ihr hier zu suchen? Äh, bin nur auf der Durchreise, hätte gedacht, ich bekomme hier vielleicht sogar eine Quest oder so, könnte ja sein, so, das ist alles Diebstahl, ich darf hier also nichts mitnehmen, nur hier noch ein bisschen, verschwindet von hier, oder ich rufe die Wache, sorry, und tschüss, konnte ich ja nicht wissen, dass ich hier nicht rein darf, meine Güte, der soll mir nicht so angepisst sein, ich habe gar nichts gemacht, so, gehen wir mal hier ganz nach oben, vielleicht ist hier oben noch irgendwas drauf, irgendwas Interessantes, ah, einfach nur so ein, ja, es ist wenigstens das Feuer, es ist wirklich an, so, wenn wir eins mal ausmachen, so, ah, jetzt zieht hier schon ein bisschen Nebel auf, schon krass, okay, naja, schade, ich hätte gedacht, dass hier hätte ja, theoretisch hätte hier was sein können, aber warum ist da noch ein, warum ist da so ein Schiff, das will ich jetzt wissen, vielleicht ist das eine Fähre, die mich irgendwo hinführt, da kann nämlich sein, wenn mir war so, als gäbe es doch irgendwo eine, etwas größere Insel, außerhalb von Himmelsrand, und dennoch relativ wichtig, ich glaube, der hat sogar mit dem dritten DLC, Dragonborn zu tun, nennt sich Solstheim, und da komme ich, glaube ich, auch wirklich nur per Schiff hin, und vielleicht ist das sogar hier, warte, 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 Moment, ich habe was gehört, ich sehe noch mal so eine Nierenwurz, irgendwo, doch, die geben nämlich immer ein Geräusch von sich, diese Nierenwurz, wenn man in der Nähe ist, muss hier irgendwo sein, ja, da ist sie ja, so, und gesammelt, und, oh, oh mein Gott, noch ein Horker, dicker, fetter Schwabbelhorker, wie kann man nur so fett und schwabbelig sein, so, komm, ich kriege gleich einen Stufenaufstieg, ja, Batsch, und tot, so, jetzt noch einer, down, so, zweitig verbessert auf 28, und, jawohl, neue Stufe, Stufe 6, oh mein Gott, da ist ja noch so ein Vieh, kommst du her, ja, und stirb, so, voll abgeschlitzt, ja, das greifen die uns auch an, so, da kriegt man aber immer schön Horkerzinn und Horkerfleisch, und sogar Gold, na ist klar, so, die bedrohliche Musik kann bitte wieder aufhören, dankeschön, so, warte mal, hier ist ja noch einer, wie die aussehen, nein, das ist auch schon leer, äh, leer, leer, okay, gut, alles an Beute haben wir mitgenommen, so, die sind aber ganz schön aggressiv, wenn man sich denen nähert, aber gut, ich glaube, das sind die in echt ja auch, solchen Walruste sollte man sich eigentlich nie, wirklich auf, keine Ahnung, wie viele Meter nähern, die können echt nicht, ich meine, bitte, die haben ja auch ganz schön Kraft, gefährliche, große Stoßzinn, also mit denen legst du dich lieber nicht an, so, warte mal, jetzt muss ich aber sorge, jetzt muss ich hier mal kurz warten, bis es wieder ein bisschen heller wird, das geht aber gar nicht klar, jetzt warten wir mal so elf Stunden, das gibt's nicht, ich sehe hier ja kaum was, von der Umgebung, das geht doch nicht, so, ordentlich viel besser, noch ein Stündchen, ah, okay, das passt schon etwas besser, und, oh, ich stehe direkt davor, das ist ja mal ein großes Schiff, aber was ist das für eins, es hat ein eigenes Symbol auf der Karte, ah, die Holde Kreckin entdeckt, eigenartige Name für ein Schiff, die haben ja irgendwie alle immer, ich habe mal aufgefallen, jedes Schiff, hat irgendwie immer, einen weiblichen Namen, warum sind Schiffe denn weiblich, vielleicht klingt das einfach besser, ich weiß ja auch nicht so genau, so, ich würde das jetzt noch echt interessieren, wo würde mich das hinbringen, Todesglockenblume, schauen wir mal ganz kurz, wo bringt mich das hin, falls ich da überhaupt mitfahren kann, oder, oh, 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 okay Leute, ich glaube das gehört, wem, der hat jetzt gerade seine Waffe gezogen, Lydia, komm zurück, komm zurück, wir sind hier nicht erwünscht, er hat gerade sein Schwert gezogen, ich glaube, da dürfen wir nicht an Bord gehen, weil sonst gibt's Kloppe, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, nee komm, wir reisen jetzt wirklich mal zurück, na, jetzt habe ich hier so, ich bin jetzt eigentlich quasi hier einmal so, im Kreis gelaufen, jetzt komme ich dann wieder bei Einzelkeit vorbei, ah nee, wir kehren jetzt trotz alledem, erstmal wieder zurück, weil hier ist ja noch Roadstart, genau, Mensch, wo ist denn das jetzt hier, so, wir kehren jetzt mal zurück, nach Weißlauf, und dann verkaufe ich mal meine ganze Beute, Okay, sehr interessant, im Ladebildschirm wurde mir soeben gerade angezeigt, dass in Windhelm ein Schiff ist, was mich nach Solstein bringt, das ist sehr interessant, also im Ladebildschirm erfährt man ja durch die ganzen Infos, doch ganz interessante Dinge, so, wie gesagt, ich will jetzt unbedingt erstmal meine ganze Beute verkaufen, damit ich noch ordentlich Geld mache, am besten gehe ich gleich mal hier rein, Achso, ja, genau, Moment, neue Stufe, warum vergesse ich das denn immer, so, ähm, 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 ich erhöhe trotzdem wieder die Ausdauer, kann ich noch mehr tragen, so, Ausdauer habe ich jetzt 155, ich glaube, das ist grün, weil ich eben den Schlachtausstand aktiviert habe, und ein Talentpunkt ist wieder verfügbar, und, was nehme ich, was nehme ich, was nehme ich, ich will eher wieder was hiervon, wie wäre es nochmal mit zweihändig, die Kampfkunst mit zweihändigen Waffen, beispielsweise, Zweihänder, Streit, Ex- und Kriegshemmer, wie diese Fertigkeit beherrscht, Landesverheerendere Schläge, da gibt es nämlich hier Barbar, das kann ich insgesamt 5 mal haben, Zweihandwaffen bewirken 20% mehr Schaden, und Leute, ich glaube, das nehme ich mir sogar, sehr schön, jetzt mache ich mit meinem Zweihänder der Kälte noch etwas mehr Schaden, Willkommen in der Kriegsjungfer, lasst euch nicht vom Namen abschrecken, wir haben auch für kämpfende Männer genügend Stahl, so, was habt ihr jetzt zu verkaufen, Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht, so, aber ich möchte, wenn dann dir ja was verkaufen, also, zack, ungeswitcht auf mein Inventar, und jetzt, ich kann das, glaube ich sogar, kann ich das nach Wert sortieren, oder, ich glaube, das geht gerade gar nicht, ist egal, ich kann nur die Kategorie, mal schauen, Waffen, was kann ich denn hergeben, Stahlstreitachs, brauche ich nicht, kann weg, so, Stahldolch, Spitzhacke, behebe ich mir auf, kaiserliche Schwert, brauche ich nicht mehr, Jagdbogen habe ich zwei, kaiserliche Bogen ist besser, können beide weg, Eisenschwert kann weg, so, Redekunst verbessert auf 24, cool, also, das ist scheinbar automatisch, wenn man, Zeugs verkauft, so, Eisendolch brauche ich auch nicht, Eisendolch haben wir, es wiegt auch voll viel, brauche ich auch nicht, okay, das sehbe ich mir auf, Stahlpfeiler, Eisenpfeiler, die wiegen ja interessanterweise gar nichts, also, warum soll ich die verkaufen, die Eisenpfeiler sind nicht mal irgendwas wert, da steht Wert Null, könnte ich nur herschenken, Quatsch, Achse von Weißlauf, habe ich geschenkt bekommen, ist jetzt auch nicht so mega viel wert, verkaufe ich jetzt mal lieber doch nicht, so, Rüstung, ähm, so, ich habe die Eisendstiefel des Abnehmenblitzes, da können die normalen weg, Wert 8, die 149, ist klar, also weg, ähm, ja, Armschienen, Eisenpanzerhandschuhe, die sind weg, bebändete Eisenrüstung kann weg, Weißlauf, Verwachel, Wachrüstung, kann auch weg, so, kaiserliche Stiefel können weg, Fellstiefel, Fellstiefel, immer wieder neu kaufen, oder irgendwo anders noch finden, so, jetzt habe ich über 3100 Gold, ich brauche immer noch fast 2000 für ein Haus, dass ich 5000 habe, warum ist das so teuer, verdammt, ich will endlich ein Haus haben, so, und von meinem anderen Krimskrams, ähm, Dietriche Eisenbahn, das hebe ich mir natürlich alles auf, komisch, ich kann dem irgendwie gar keine Edelstände, oder sowas anderes verkaufen, bei ihm scheinbar nicht, Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen, naja, natürlich, so, dann ja vielleicht, anderswo, hier war ich glaube ich letztens auch noch nie drin, okay, Guard Barracks, aber ich glaube da sind nur die Wachen drin, das ist nur so ein Wachhaus, so, hier vorne war da noch was, der eigentliche Krimskrams Händler, hier, Seid ihr Brot und Eintopf Leid? Hier findet eigentlich jeder etwas, sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, alles steht zum Verkauf, alles, wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen, ja, was ist denn du für eine, kannst du dich deine Schwester verkaufen, Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen, ja, ich möchte dir jetzt eigentlich gerne Krimskrams verkaufen, da seht ihr, bei dem kann ich mehr auswählen, das ist interessant, hier zum Beispiel die Amethysten, ich glaube das, ich glaube sowas braucht man doch nicht zum Schmieden, oder, kann ich es doch verkaufen, so zack zack, Granatsteine kann weg, gewöhnlich ist es, ich werde aufgemakellose Granatsteine auch weg, so, die Seelensteine, Silberbahn hebe ich mir natürlich auf, ist zum Schmieden, Laterne, Krug ist eigentlich Quatsch, was soll ich damit, weg, weg, Kurunderz, hebe ich mir auch auf, das kann ich glaube ich einschmelzen, Pelzen und so weiter, Horkazin, das hebe ich mir alles auf, wer weiß, ob das vielleicht irgendwann mal wer braucht, genau so ein Betreuungsschild, ich habe zwölf Wolfspelze schon dabei, das ist alles Haut, kann man alles dann gerben, also das alles hebe ich mir auf, Dietricher natürlich auch, wenn ich wieder was knacken muss, so Bücher, Kopfgeld steht hier, aber hier, Gewicht Null, Wert Null, ich habe ja auch noch gar keins, ich glaube da würde dann drinstehen, wie viele, was weiß ich, so das verkaufe ich alles natürlich auch nicht, das ganze Zwerg, das ist zu wenig wert, wäre auch Quatsch, Essen, ehrlich gesagt auch nicht wirklich verkaufen, Rollen hier, Zauberspruch mal auch nicht, Gifte und Tränke sicher auch nicht, grob gewebte Zunika brauche ich nicht, dreimal kleines unnötig, hier, ja, das reicht, jetzt habe ich 3.285 Gold, ist okay, Dankeschön, bitte kommt wieder, ja, ganz bestimmt sogar, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe im Moment zu viel zu tun, um mich zu unterhalten, habe ich auch gar nicht vorgehabt, so, okay, gut, das war es mal wieder, sorry, dass da jetzt auch nicht wieder so viel passiert ist, aber hey, ich habe ja wenigstens ein bisschen was von der Landschaft gesehen, ich habe neue Orte entdeckt, und frisches Gemüse zu verkaufen, und ja, da hat wer ja Gemüse zu verkaufen, wie gesagt, ich darf nicht vergessen, dass ich immer noch sehr viel zu tun habe, aktiv wäre im Moment der Segen der Natur, da soll ich Nesselfluch in meinen Besitz bringen, steht er, ich habe da eine reine Quelle, meine Hilfe bei der Heilung des Glühen Grünbombs, von dem Tempel von Könnerin Besself zugesagt, und Nesselfluch scheint aber irgendein Gegenstand zu sein, das hört sich eher nach einer Krankheit an, Nesselfluch, und dazu müsste ich hier hin, das ist in der Nähe von Flusswald, das ist jetzt, genau, der Weisenfelsen, das ist nämlich nicht so weit weg, wie zum Beispiel jetzt, äh, der Ort, wo ich, da wird das jetzt überhaupt noch angezeigt, ne, wird das im Moment, glaube ich, gar nicht angezeigt, da muss ich nämlich diesen Thoralt retten, der ja nicht tot ist, sondern entführt wurde, das ist irgendwo in dem Bereich irgendwo, das ist von einer Fessung, wo der da hin verschleppt, und deswegen werde ich, glaube ich, das als nächstes dann im nächsten Part mal machen, jetzt ist der Part, ich gehe schon wieder viel zu lang, und die quatschen mir hier auch immer zu viel, ich hasse das, die NPC soll euch immer so viel labern, so, bleib jetzt ein bisschen einfach hier stehen, Lydia, die wird mich weitermin begleiten, das kann, glaube ich, ganz nützlich sein, die wird deswegen ja nicht müde oder so, also, trotz allertem, danke fürs Zusehen, ich finde, das ist wichtig, euch auch ein bisschen was von der Umgebung zu zeigen, neue Orte zu entdecken, aber im nächsten Part kommt dann auf jeden Fall wieder eine richtige Quest ran, also, bis zum nächsten Mal bei Skyrim, Leute, und tschüss!